Normal, wie ich gerade tilte, ne? Das ist nicht mehr normal. Hat Sören nicht F1 verteidigt? Ja, weiß ich nicht, was der macht. Der spielt hier wieder im Sand, oder so. Kannst du nicht mal vernünftige Leute einladen? Ich glaube, der farmt wieder Weizen, um dann zu sagen, er kann ja nicht abgeben. Das war ich. Ja, dann mäht er eben Rasen. Genau. Ich bin in Ruhe, hä? Hast du schon wieder gestorben? Hä? Wer jetzt? Alter. Wer denn jetzt? Wir flicken die Knieder zusammen. Jetzt spricht er mit dir. Dein Kumpel. Wir haben eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Ich bin in Ruhe, ich bin in Ruhe. Kommt einer rein. Bleib zurück! Ich brauche keine Hilfe!